Im heutigen Tutorial würde ich euch gerne wieder 5 clevere Wege vorstellen, wie ihr im Jahr 2022, 2023 und sicherlich auch danach online von zu Hause aus Geld verdienen könnt. Diese Methoden hier sind mal wirklich outside the box und ihr könnt viele von diesen Methoden mit wirklich 0 Euro Startkapital starten. Viele von diesen Methoden sind auch wirklich einfach umzusetzen und ihr könnt daraus langfristig ein richtig profitables Business machen. Ich möchte euch heute hier in diesem Video genau diese Methoden vorstellen, möchte euch Schritt für Schritt Pläne geben und vor allen Dingen euch auch ein paar Tipps geben, wie ihr deutlich mehr Geld mit diesen Einnahmequellen verdienen könnt. Falls ihr also auch von zu Hause aus seriös Geld verdienen wollt und ihr wollt keine schnell reichwerden Methoden haben, dann bleibt auf jeden Fall dran und bis gleich nach dem Intro. Bei vielen von den heutigen Einnahmequellen handelt es sich um eine gewerbliche Einnahme. Das heißt, es reicht nicht der Freiberufler-Status, ihr müsst auf jeden Fall ein Unternehmen anmelden, sei es zum Beispiel eine UG oder sei es zum Beispiel ein einzelnes Unternehmen. Und ich weiß, viele von euch werden sicherlich sagen, oh Gott, ein total langweiliges Thema, aber ihr braucht das einfach. Genau wie ihr auch am Anfang direkt Steuern zahlen müsst. Ich kriege nämlich immer wieder folgende Frage ab, wann muss ich eigentlich ein Gewerbe anmelden, ab wann muss ich Steuern zahlen. Sobald ihr Einnahme zielt, wenn ihr startet, müsst ihr auch tatsächlich ein Gewerbe haben und müsst alsbald auch Steuern zahlen. Deswegen hier eine kleine Hilfe, ich möchte euch jetzt einmal kurz innerhalb von 30 Sekunden zeigen, wie ihr euer erstes eigenes Gewerbe anmelden könnt. Ich denke, viele von euch kennen sicherlich bereits den Drill. Zuallererst mal hier auf Google draufgehen, eingeben, Gewerbe anmelden oder hinter euer Bundesland, in meinem Falle zum Beispiel Berlin. Sobald ihr das getan habt, könnt ihr dann hier auf die Service-Seite von eurem Bundesland gehen. Und hier nochmal ein wichtiger Tipp, es gibt auch einige Agenturen, die das Ganze anbieten. Bitte einfach alle von denen ignorieren. Ihr braucht keine Agentur, um ein Gewerbe in Deutschland anzumelden. Ihr müsst einfach einmal nur kurz hier draufklicken. Anschließend dann könnt ihr in wenigen Minuten hier online euer Einzelunternehmen anmelden. Oder ihr macht das Ganze so wie ich damals und geht nochmal zum Bezirksamt hin, weil dann könnt ihr dort nochmal kurz mit vielleicht einem Mitarbeiter sprechen und alles nochmal schnell überprüfen. Ihr müsst eigentlich nur drei Dinge mitbringen, nämlich einmal dieses Formular hier zur Gewerbeanmeldung. Einmal kurz draufklicken, dann könnt ihr es hier direkt ausfüllen. Ich habe euch übrigens auch eine Ausfüllhilfe in die Videobeschreibung reingetan. Dann müsst ihr noch 26 Euro mitnehmen, weil ihr ein Einzelgewerbe anmelden wollt. Und ihr müsst auch nochmal euren Personalausweis mitnehmen. Und wenn ihr diese drei Dinge habt und geht zu eurem Bezirksamt hin, dann könnt ihr innerhalb von wenigen Minuten dort euer Einzelunternehmen anmelden. Ich möchte euch aber nicht länger auf die Folter spannen. Nämlich heute möchte ich euch ja einige Methoden zeigen, mit denen ihr im Internet Geld verdienen könnt und für die ihr wenig Vorwissen benötigt, kaum Startkapital benötigt und direkt loslegen könnt. Bevor ich euch diese Methoden zeige, auch nochmal eine kurze Bitte. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr vielleicht diesem Video hier einen Daumen nach oben geben könntet. Ihr wisst, diese Videos hier sind sehr, sehr viel Arbeit und damit unterstützt ihr den Kanal wirklich schon mal vielen, vielen Dank. Und weil viele von euch mich gefragt haben, jetzt starten tatsächlich die letzten 48 Stunden, wo ihr alle von meinen Kursen für gerade mal 9,99 Euro pro Kurs bekommen könnt. Ich habe euch alle von den Kursen in der Videobeschreibung drin verlinkt. Zum Beispiel mein 17 Stunden langer T-Shirt Business Meister Kurs, mein über 8 Stunden langer Etsy Meister Kurs, meine Amazon KDP Low Content Kurse, Geld im Internet verdienen Kurse, wie man zum Beispiel Social Media Agenturen aufbaut, Freelancing Kurse, digitale Marketing Kurse, alle von diesen Kursen. Gerade mal einmalig pro Kurs 9,99 Euro. Es gibt keine versteckten Kosten, keine irgendwelche Mitgliedschaften, sondern wirklich ein einziges Mal 9,99 Euro pro Kurs. Nochmal links in der Videobeschreibung drin, aber Achtung, dieser Sale läuft bald aus. Das heißt, falls ihr jetzt nochmal diese Kurse sichern wollt, dann schaut jetzt gerne mal in die Videobeschreibung rein. Fangen wir direkt mit der ersten Methode an und hierbei handelt es sich um das Etsy Sticker Business. Ja, man kann tatsächlich physische Sticker auf Etsy verkaufen und sehr viele Leute tun vor allen Dingen folgendes. Nämlich die gehen auf diese Webseite hier namens Freepick und geben dann hier so etwas ein wie, sagen wir mal zum Beispiel einfach Avocado. Und dann, wenn ihr das tut, könnt ihr hier oben auf Vectors draufklicken und werdet alle möglichen schönen kleinen Vektordateien finden. Zum Beispiel hier auch irgendwelche lustigen, sagen wir jetzt mal kleinen Avocados mit irgendwelchen, sagen wir mal Kronen oder was auch immer. Und wenn ihr dann einfach mal auf Etsy schaut, werdet ihr sehen, dass ganz, ganz viele von genau solchen Stickers hier zum Verkauf angeboten werden. Zum Beispiel hier haben wir praktisch diese paar Stickers, die kosten insgesamt 5,95 Euro und jeder von euch kann tatsächlich auch so ein Business aufbauen. Bei Freepick schaut auf jeden Fall nochmal die AGBs, wenn ihr zum Beispiel jetzt sagt, okay, ich möchte hier aber nicht von irgendwo runterladen, dann könnt ihr einfach auch auf die Webseite Upwork oder die Webseite onlinejobs.ph gehen und dort einfach nach einem Freelancer suchen, der für euch Designs erstellt. Aber wenn ich mal hier so ein bisschen nach unten scrolle, sehe ich natürlich, dass sehr viele Leute wahnsinnig viele Sales genau damit generieren. Zum Beispiel hier 1.487, 16.020 oder 22.290 Sales von, wie gesagt, solchen Stickern hier. Und zum Beispiel auf der Plattform Freepick findet ihr ganz, 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 ganz viele von diesen Stickern. Wir können hier nochmal so eine Begriffe eingeben wie Sushi, weil wir eben gerade hier ein paar Sushi gesehen haben. Da kann ich jetzt wieder hier oben auf PSD oder Vector zum Beispiel draufklicken und anschließend dann sehe ich halt ganz, ganz viele von genau solchen Designs hier. Manche muss man ein bisschen schauen, aber in der Regel wird man alle möglichen Designs finden, die halt perfekt sind für solche Sticker. Zum Beispiel dieses hier wäre sicherlich optimal und wenn ich jetzt hier nach unten scrolle, sehe ich natürlich ganz, ganz viele weitere, die hier gut passen würden. Dann die nächste Einnahmequelle ist diese hier namens ScanGFK und GFK bzw. GFK Scan ist einfach nur eine App, die es uns erlaubt, mit unseren Einkäufen Geld zu verdienen. Ich habe euch mal diese App in der Videobeschreibung drin verlinkt und was ihr hiermit machen könnt, ist einfach nur folgendes, nämlich immer wenn ihr etwas einkaufen geht, dann könnt ihr einmal schnell euer Handy zücken, könnt einmal kurz scannen, was ihr eingekauft habt, kriegt dafür Punkte und diese Punkte könnt ihr anschließend dann gegen tolle Preise eintauschen. Ich mache das Ganze auch, ich mache das Ganze nebenbei, das Ganze ist übrigens auch datengeschützt und zu 100% anonym und vor allen Dingen ist es komplett kostenlos. Das heißt, ihr müsst keinesfalls natürlich jetzt irgendeinen Cent dafür bezahlen, dass ihr diese App nutzen könnt. Das heißt, wenn ihr euch die App herunterladen wollt, dann wie gesagt einfach einmal kurz auf den Link in der Videobeschreibung klicken, dann hier auf jetzt registrieren draufklicken, dann könnt ihr hier rechts eure Daten eingeben, anschließend dann müsst ihr einfach hier unten auch weiter drauf gehen, dann werde ich nochmal ein paar weitere Fragen gestellt und dann könnt ihr aber direkt hier über diese Plattform extrem einfach Geld verdienen. Damit wärt ihr nicht Millionär über Nacht, aber wenn ihr einfach mal etwas haben wollt, wo man wirklich mit Online Geld verdienen kann und wo man vor allen Dingen spielend leicht Geld verdienen kann, dann ist das hier denke ich mal eine wirklich, wirklich gute Option. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens die EarnApp. Mit der EarnApp könnt ihr jetzt nicht wirklich viel Geld nebenbei verdienen, aber ihr müsst da wirklich gar nichts tun, um das Geld verdienen zu können. Ich bin immer ein großer Freund davon, auf unterschiedlichsten Plattformen Geld zu verdienen und auch halt einfach nebenbei Plattformen mir selbst Geld generieren zu lassen, ohne dass sie wirklich etwas tun muss. Und bei der EarnApp ist das Ganze so, und das könnt ihr auch übrigens hier oben nachlesen, wenn ihr auf Passive Income draufklickt, dass ihr halt, wenn ihr eure Internetverbindung teilt, damit passiv Geld verdienen könnt, insgesamt bis zu 72 Dollar jeden einzelnen Monat. Ich habe das Ganze hier auch eingestellt bereits für Deutschland, das heißt, das hier sind auch wirklich realistische Zahlen. 72 Dollar jeden einzelnen Monat, ohne dafür wirklich etwas tun zu müssen, ist halt echt nett. Und ich habe schon einige von euch eingeladen, einige von euch haben auch schon direkt angefangen und ganz, ganz viele generieren halt hier ständig 18 Cent, 17 Cent, 15 Cent und das Ganze wieder und wieder und wieder und wieder. Und ich habe euch auch mal die EarnApp in der Videobeschreibung drin verlegt. Ich persönlich bin immer ein großer Freund davon, auf mehreren Plattformen zur selben Zeit unterwegs zu sein, das heißt zum Beispiel Einkäufe einscannen mit GFK, nebenbei vielleicht ein bisschen die Internetverbindung teilen, hier nochmal ein paar Euro, da wieder ein paar Euro. Und insgesamt, wenn man das halt mit mehreren Apps macht, kann auch irgendwann wirklich einiges an Geld bei rumkommen. Dann eine Plattform, die ich für völlig unterbewertet halte, ist diese hier namens Pond5. Pond5 ist eine Plattform, auf der ihr vor allen Dingen Stock-Videos publizieren könnt. Und nehmt jetzt mal an, ihr lebt in einer größeren Stadt oder ihr habt einfach jeden Tag irgendwas Interessantes, was ihr filmen könnt, dann könnt ihr halt hier jederzeit eure Clips posten und damit Geld verdienen. Und das können auch wirklich solche grundlegenden Dinge sein, vielleicht fährt mal irgendwie ein Polizeiauto vorbei oder ihr seht irgendwie einen süßen Hund oder ihr seht vielleicht irgendwie Leute, die Fußball spielen und natürlich lest immer euch die AGBs durch, sei es jetzt zum Beispiel, was man filmen darf, was man nicht filmen darf. Aber das sind zum Beispiel so in der Regel Dinge, die eigentlich in Ordnung gehen und wo man also praktisch direkt mit Geld verdienen kann. Wir können ja mal einfach den Begriff Soccer hier zum Beispiel eingeben und da werden wir alle möglichen Videos finden, wo halt einfach Leute praktisch die Kamera hingehalten haben. Zum Beispiel hier. Das ist wahrscheinlich einfach so eine kleine GoPro, die haben sie da an die Fahne rangehangen oder an die Stange, sag ich jetzt mal, rangehangen und jetzt wurde hier vielleicht, glaube ich, gerade ein Tor geschossen. Mal sehen und ja, der Ball geht rein. Und wenn tatsächlich eine Person hier dieses Video kauft, dann kriegt ihr 48 Euro. Natürlich nimmt die Platten noch einen Cut, aber der Verkaufspreis liegt bei 48 Euro und es kann übrigens auch noch mehr sein, wenn zum Beispiel Unternehmen große kommerzielle Lizenzen kaufen. Und es können auch wirklich solche simplen Videos sein. Zum Beispiel hier sieht man einfach nur ein paar Leute, die aus dem Stadion kommen. Ich denke, das sind kroatische Fans, die wir hier sehen. Und damit kann eine Person mit einem einzigen Sale 83 Euro verdienen und wir haben hier gerade mal einen 15 Sekunden langen Clip. Und der Clip sieht jetzt nicht so aus, wie als hätte die Person da irgendwie eine wahnsinnig professionelle Kamera genommen. Ich gehe davon aus, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr eine gute Kamera habt, zum Beispiel bei den Samsung S22, die haben zum Beispiel eine wahnsinnig gute Kamera, oder wenn ihr eine andere gute Kamera habt, auch zum Beispiel in eurem Handy, könnt ihr hier jederzeit Clips hochladen und damit Geld verdienen. Und dann noch eine letzte Möglichkeit, die ich selbst auch nutze, um Geld zu verdienen, ist diese Plattform hier namens Lektorium. Und ich bin immer ein großer Freund davon, euch einfach mal zu zeigen, was ich mache. Nämlich hier auf der Plattform habe ich zum Beispiel 178 unterschiedliche Produkte. Und ich habe eigentlich nur mehrere große Kurse hier eingereicht und die nehmen dann praktisch die Kurse und zerteilen die in diese ganz, ganz vielen kleinen Kurse. Und wenn sich natürlich diese Kurse verkaufen, kriege ich dafür Geld. Zum Beispiel hier kann man dann diesen Kurs sich für 1,09 Euro monatlich kaufen, oder hier 4,90 Euro, 5,90 Euro, 1,99 Euro wieder monatlich, 4,90 Euro einmalig, 3,90 Euro einmalig. Und natürlich könnt ihr euch vorstellen, bei so einer großen Plattform, dass die mir einiges an Geld macht. Ich darf Ihnen nicht sagen, wie viel es ist, ist einmal ein Vertragsgeheimnis. Es ist aber eine Plattform, wo ich wirklich sage, die macht mir gutes Geld, die ist seriös und die kann ich euch auch wirklich empfehlen, wenn ihr Kurse erstellt. Und viele von euch werden sicherlich sagen, aber ich habe noch keinen Kurs. Kein Problem, legt einfach los, findet irgendetwas, was ihr gut könnt, was ihr monetarisieren könnt. Vielleicht könnt ihr ja mit Photoshop ganz gut umgehen oder vielleicht könnt ihr ja mit Excel ein bisschen programmieren oder womöglich könnt ihr gut stricken oder womöglich kennt ihr euch einfach aus mit dem Thema, was weiß ich, B2B-Verkäufe. Es gibt immer etwas, was ihr wisst, was ihr monetarisieren könnt. Und wenn ihr eure eigenen Kurse aufnehmen wollt, dann würde ich euch zum Beispiel Folgendes empfehlen. Ich nehme das Ganze mit folgenden Tools auf, nämlich einmal dieser Webcam hier, die nutze ich auch jetzt gerade. Das ist die Logitech Streamcam, die habe ich euch in der Videobeschreibung drin verlinkt. Und ich nutze zum Beispiel auch dieses Mikrofon hier, das habe ich auch jetzt gerade hier angeschlossen. Das ist das Blue Yeti Mikrofon und das ist halt auch ziemlich günstig. Zum Beispiel das hier ist gerade 19% runtergesetzt und die Logitech Streamcam ist sogar 49% runtergesetzt. Die kostet normalerweise 160 Euro und jetzt gerade mal 81 Euro. Und die beiden habe ich euch in der Videobeschreibung drin verlinkt. Das ist exakt das Setup, das ich hier verwende, um praktisch die Videos aufzunehmen. Und wenn ihr zum Beispiel nur das bisschen hier an Setup kauft, also sagen wir mal insgesamt unter 200 Euro, könnt ihr direkt hochwertige Kurse aufnehmen und die zum Beispiel auch solchen Plattformen wie Udemy, Skillshare oder auch Lektorio publizieren und euch damit ein wahnsinnig gutes, passives Einkommen aufbauen. Genauso habe ich das gemacht und ich denke, jeder von euch kann das wirklich auch. Deswegen schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich einmal ein Link zu GFK-Scan, dort befindet sich ein Link zu der Earn-App, mit der ihr nebenbei Online-Geld verdienen könnt und auch nochmal zwei Links, nämlich einmal ein Link zu Logitech Streamcam, die ich jetzt gerade hier verwende und auch nochmal ein Link zu dem Blue Yeti Mikrofon, sowie auch nochmal Links zu allen von meinen Online-Kursen. Deswegen, falls ihr jetzt nochmal meine Kurse haben wollt für gerade mal 9,99 Euro pro Kurs, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort sind nämlich auch die Links zum Beispiel zu meinem 17 Stunden langen T-Shirt Business Meisterkurs, meinen Amazon KDP Low Content Meisterkurs, Etsy Meisterkurs, zum Beispiel Social Media Agentur aufbauen, Freelancing, Geld verdienen im Internet, alle meine digitalen Marketingkurse. Aber Achtung, wie gesagt, dieser Sale läuft bald ab. Das heißt, falls ihr jetzt nochmal diese Chance nutzen wollt, dann wie gesagt gerne mal in die Videobeschreibung reinschauen. Ich danke euch vielmals für eure Zeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können.